So, der nächste Teil der Stauraumerweiterung ist dieses Netz von Dr. Thiel. Leute, das ist voll geil. Man gibt da die Maße an und dann schneidern dir die ein Netz perfekt auf die Bedürfnisse, die du brauchst. Und wir haben jetzt hier ein Netz, das ist 1,20 Meter in der Länge und 50 in der Breite, dass das hier genau an die Stelle hier im Auto kann. Quasi unter die Fenster hier vom Defender. Und jetzt halten wir das mal da dran. Gucken mal, wir müssen einmal umdrehen. Voll cool. Oder was sagst du? So. Ich habe hier noch viel so Halter besorgt. Die kommen quasi hier links und rechts. Mieten wir das dort direkt fest, dann kann ich das hier. Aua. Oh, das ist so bombenfeste. Leckofanny. So. Oh, geil. Ich habe hier noch eine kürzere Länge, aber ich habe keine. Der sind... Oh, voll... Oh, übertrieben. Aber... Jetzt ist gerade die Frage, weil wir hier ja schon mal sitzen, ob wir das hier freilassen, damit... Hier. Stopf mal. Damit wir hier noch Kopffreiheit haben und wir das lieber nach hier vorne erweitern und das hier so hochspannen. Jetzt probieren wir das erst mal aus und stopfen das voll. So sitze ich ja hier und jetzt müssten wir das mal machen. Aber an sich ist das schon ziemlich cool hier oben. Ja. Die Lampe benutzen wir ja eh nie. Ne, ne. Und ich finde, das nach hier ist ja auch eher verschenkter Raum. Ja, als rein ins Auto, wo wir immer sitzen. Als ein ins Auto, wo wir immer sitzen. Und hier ist doch echt entspannt. Dann kann man nämlich daneben noch sitzen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Da plant man das so aus der Vorstellung heraus. Hier ein Netz wäre cool. Und dann hat man's und dann merkt man erst, okay, ein anderer Tick wäre noch besser. Das ist halt immer richtig schwierig, wenn man das nicht voll ausprobieren kann. Aber man könnte es ja auch abschneiden. Oder wir probieren das jetzt mal hier nach vorne aus. Ja, wir haben die Lösung. Wir haben... Leute, wir haben die Lösung. Wir machen jetzt neben dem Halter, den wir hier schon haben, den hier, machen wir einen zweiten und dann in so einer Welle da drum, dann kann das Zeug nicht nach vorne rausfliegen. Wir machen das mal feste und dann gucken wir uns das mal an, nicht? Sogar einen Staubsauger oben in unserer Kiste. Fein, oder? Ich bin gespannt. Jetzt stopfen wir das mal hier oben voll. Noch sitzen. Kann sich so ein bisschen anlehnen. Aber es läuft. Anders habe ich hier eh nicht gesessen. Nee, du hast immer so hier gesessen. Und wenn man hier unten wieder hängt, dann kann man hier unten auch noch gerne an der Seite hängen. Nein, hier hast du immer gesessen. Hier. Ja, hier an der Seite, sag ich ja. Da kann man auch hängen. Passt perfekt. So, jetzt noch das Kabel wieder verstauen und dann haben wir Raumerweiterungs... Ich bin voll fix und fertig. Wir sind auch so gejetlagged, das ist unfassbar. Diese 10 Stunden Verschiebung sind total krass. Das bringt einen total auf dem Rhythmus. Auf jeden Fall Stauraumerweiterung Nummer 2 erfolgreich abgeschlossen. Leute, haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button. Lasst uns einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Ausbau-Video. Weil diese Staffel, diese erste Ausbausequenz hat noch ein Video. Und dann geht es in die große Stauraumerweiterung Teil 2 im Oktober. Also haut rein. Wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Und dann geht es an einen Augenblick über 1920 zu dem seal Danach-Keifo auf der evaluere B эн��� und dieser Folge.